Kein großes Thema, aber wir halt irgendwie männlich sind und sind auch so geboren worden. Oh, hör mit diesem Scheiß-Argument auf. Oh, die Musik ist noch so laut. Ich werde ja schon wieder später introduced. Und ich laufe auch jetzt. Als ganz seltener Überraschungsgast. Ja. Ja, 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 ja. Naja, außer du machst einen guten Gag. Den schneide ich dann an den Anfang. Da mache ich lieber keinen guten Gag, weil das versaut jedes Mal den Überraschungsgast. Ja. Oh, wer hat denn das gesagt? Ist das Tino? Nein, das war nicht Tino. Tino ist nämlich heute krank. Das tut mir leid, liebe Leute. Aber ich bin trotzdem da. Aber er ist trotzdem im Podcast. Ich hätte fast abgesagt, weil ich so abgekackt bin heute Morgen. Ich dachte echt, ich sterbe heute. Dann habe ich gefrühstückt und dann dachte ich mir, okay, vielleicht schaffst du es doch eine Stunde durchzulabern. Aber nur unter einer Bedingung, wenn wir einen Stargast dabei haben heute. Ja. Danke, dass du mich so nennst. Ich bin auch da. Herr Rodels! Hallo, wo ist meine Musik? Die ist schon vorbei jetzt. Hast du nicht gehört? Die hat am Anfang sehr wehgetan. Dann geht's immer. Ja, so wie dieser Podcast. Ich wollte gerade, das ist so dumm, das kann im Podcast nicht passieren. Ich wollte gerade was sagen und habe nach einer Sekunde vergessen, was es war. Und das war gerade diese Sekunde Stille, in der ich nichts gesagt habe. Aber mir fällt es auch nicht ein. Unprofessionell. Ein Podcast darf keine Sekunde Stille haben. So ist es. Da schalten die Leute direkt ab. Da sind die gelangweilt. Ja, ja, baum, baum, Mutterficker, 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 Mutterficker. Red, 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 red. Tino, wird es denn gehen? Ja, es geht. Ich habe eine Angina, tatsächlich, oder eine Angina, wie auch immer. Oh, Alter, ich wollte dich schon gerade wegscheppern, ey. Nee, ich war, ich bin auch nicht so vom Kopf her irgendwie zu irgendwas fähig. Ich liege seit Dienstag flach. Ich dachte, ich habe Corona oder so. War dann zum Test zweimal und bin negativ getestet worden. Und dann war ich beim Arzt und der sagte, nee, hera, mal raus, haben nur eine Angina. Ja. Ist das nicht eine bakterielle Infektion sogar? Das kann sein, weiß ich nicht. Was soll die denn her? Eventuell zu wenig deine FFP-Maske gewechselt? Wahrscheinlich, ja. Das ist bestimmt wieder von den Frauen, Tino. Diese Frauen, ey, ich sage es dir. Ja. Überall. Die schleppen immer Dinge ein. In mich. Den Einkauf. In die Küche. Zum Beispiel. Jetzt hat der gelacht, Alter. Jetzt, jetzt erwarte ich. Diese Scheiße hat der gelacht. Ich erwarte jetzt die bombastische Überleitung überhaupt. Alles andere würde das, was du gerade getan hast, nicht rechtfertigen. Ja, Tino wurde nämlich getestet. Wie nochmal, Tino? Äh, negativ. Das bringt uns direkt zum ersten Hashtag der Woche. Negerkuss. Das ist gerade am Trenden auf Twitter. Ehrlich? Denn es gab einen riesen Shitstorm bei Aldi. Oh. So ein Wort spendet bei Twitter? Meine armen Augen. Ja, trendet. Man weiß nicht ganz, ob aus den richtigen oder falschen Gründen. Es gibt natürlich immer Leute, die dann das hijacken und dann Cancer sind einfach. Aber es gab einen Shitstorm bei Aldi. Da gibt es ein Video, das hat mittlerweile auf Instagram, die neue Plattform der Wahl für Shitstorm-Verbreitung, hat das sechs Millionen Aufrufe. Denn da ist ein netter, äh, dunkelhäutiger Herr im Aldi rassistisch beschimpft worden. Also es war halt dieses typische, wenn Leute lustig sein wollen, wie ich mit diesen frauenverachtenden Gags eben, ähm, dieses, oh, da steht ein schwarzer Mann neben mir. Ha, ich guck mal, ob es hier Negerküsse gibt. So völlig unrelated zu diesem Mann da neben mir. So, so ein Szenario war das. Und das war wohl auch der Filialienleiter. Der leitet die Filialie? Ja. Ähm, der, der da an vorderster Front mitgemacht hat und dann hat, äh, der Mann angefangen mit Filmen und in dem Moment wurde der richtig aggressiv und hat ihn mit einer Pappe abgeworfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der, der hat nämlich gerade, du kennst dich doch da aus, Herr Rodes, der, der hat gespiegelt, der hat die Gegenstände da wieder zurechtgerückt und hatte noch so zwei Pappen in der Hand. Ich muss dich an der Stelle unterbrechen, du warst gar nicht übersteuert, meine Soundeinstellungen waren nur doof. Toll. Jetzt bist du zu leise. Mist, jetzt muss ich schreien! Unbedingt. Ja, also was, was ich jetzt vermute, ist, dass das wieder, dass der Typ, der das gesagt hat, einfach ein Dulli war, der irgendwie halt faktisch nicht lustig war und jetzt wird sich da wieder mega echauffiert, obwohl es eine übelste Kleinigkeit ist und jetzt ist eine Rassismus-Diskussion. Nee, 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 also guck dir das Video auf jeden Fall mal an, das ist halt nicht nur der, der Leiter, sondern da ist schon ein Mob aus vier, fünf Leuten, die alle auf diesen Mann gehen, der eigentlich innerhalb des Videos zumindest nichts Verwerfliches macht, aber trotzdem wie scheiße behandelt wird. Natürlich kennt man die Vorschichte nicht eins zu eins, aber es ist schon, weißt du, die stehen da irgendwie zu fünf, zu sechs rum und sagen, sie bedrohen uns hier, sie bedrohen uns, so ein Mob, ja. Und das ist schon nicht angenehm für diesen Menschen. Ganz kurz nochmal, um wen stand der Mob? Na, um den, um den Farbigen. Ah, okay, weil der mit einer Pappe geworfen hat. Nee, der hat nicht geworfen, der, der Leiter hat geworfen. Der Chef von der, vom Aldi hat, nachdem er angefangen hat mit Filmen, eine Pappe nach ihm geworfen. Einfach so. Weil er schwarz ist. Weil er aggressiv geworden ist, weil er gerade gefilmt wird, vermutlich. Hä, und wann kommt der Schaumkuss ins Spiel? Das ist ja davor schon passiert, deswegen hat er ja überhaupt sein Handy gezückt und losgefilmt. Das heißt, ich... Er sagt eigentlich die ganze Zeit nur, Neger, darfst du nicht sagen und so. Und die so, ja, wo steht das geschrieben? Ich bin doch nicht ignorant. Oh Mann, Scheiße. Das spielt doch wieder diesen Linksextrem in die Arme, so ein Verhalten. Dankeschön. Bitte, bitte. Ja, also der Typ wurde auf jeden Fall mittlerweile gefeuert. Es gab ein großes Statement von Aldi. Wir bitten um Verzeihung und wir sagen Nein zu Rassismus und Gewalt. Wir schätzen die Vielfalt unserer Kolleginnen und Kollegen genauso wie die unserer Kundinnen und Kunden. Rassismus zerstört Vielfalt. Er vergiftet unsere Gesellschaft, unser gesellschaftliches Klima, indem es in der aktuellen Situation mehr denn je auf das Zusammenhalten ankommt. Uns ist es wichtig, dass sich jeder Mensch bei uns wohl und willkommen fühlt. Und jetzt eine Stelle, die ich sehr, sehr witzig fand. Wir haben atprincemik kontaktiert, uns bei ihm entschuldigt und möchten gerne mit ihm persönlich über den Vorfall sprechen. Und so weiter und so fort. Also da geht es dann noch ein Stück weiter. Wir beschäftigen Leute über 80 Nationen und so und das gibt es bei uns nicht. Das ist in Berlin passiert. Wollte ich gerade sagen, ich hätte jetzt gesagt, das war auf dem Dorf oder so. Ja, nee, es ist tatsächlich in Berlin gewesen. Ich habe einen Top-Gag, liebe Leute. Alerta, Alerta, Aldi, Faschista. Mhm, mhm. Bitteschön. Sehr, sehr gut, Dino. Dankeschön. Deshalb sage ich Linksextremen, wegen solchen Sachen. Das sind die, das sind die Aldiierten. Ja. Dagegen die Nazis. Ja, ja. Aber wo wir gerade von Linksextrem reden. Tino, du hast da irgendwie, deine, deine Sportsfreunde sind in der Stadt rumgezogen, habe ich gehört. Informiere mal, Herr Roth, was hier für ein heißes Pflaster in Weimar gerade ist. Ja, also es nimmt gerade Überhand an, dass vor allem, also nicht nur, aber auch linksextreme Schmierereien in Form von Graffiti durch Weimar-Geistern und junge Menschen offensichtlich Häuserfassaden beschmieren. Gibt es auch von rechts, dass auch linke, nee, dass Stolpersteine für jüdische Opfer beschmiert worden sind, aber eben auch linksradikale Parolen. Und es gab es am Palais, am Theaterplatz, so eine riesige Schmiererei mit Antifaschister und Alerta und so weiter. Und darauf ist jetzt irgendwie 10.000 Euro Kopfgeld ausgesetzt worden, auf die Person, die das gewesen ist. Also ich traue den Linken das zu, dass das hinreichend große Kameradenschweine sind, dass die dann einen anonymen Hinweis dalassen. Also bisher gab es keine Hinweise und ich habe auch von Leuten Nachrichten bekommen mit dem Link zum Nachrichtenartikel. Ja, du kennst doch garantiert die Leute, die das gewesen sind, hier kannst du absahen. Und ich weiß von nichts, liebe Leute. Also klar, ich kenne viele Menschen, die der linken Ecke zuzuordnen sind, aber das weiß ich echt nicht, wer das gewesen ist. Ja, was ist denn Herodes heute schon wieder für ein Prolet? Ich traue den Linken zu, die kannst du alle in ihren Töp werfen, es sind alles Kameradenschweine. Ähm, habe ich so jetzt nicht gesagt, aber mach was du möchtest. Alles ist irgendwie einander ähnlich, aber bitte. Und es gibt auch Leute in der linken Szene, die das gerade gar nicht gut finden, diese Graffiti, weil das nur negative Presse wirft auf die linke Szene. Und ich sehe es ähnlich. Also ich finde es schon, ich finde es okay, wenn man so den öffentlichen Raum nutzt für Statements. Aber so ein, äh, so ein riesiges, hässliches Geschribsel da auf dem Palais finde ich einfach unnötig und hilft der linken Szene nicht wirklich. Also ich finde es auch eher schwierig. Ich sage ja, das ist der Gleiche, der, der diese Tomatensache da mitgemacht hat. Ja, es gibt auch bessere Sachen irgendwie, Symbole. Also so ein, so ein, so ein, so ein Transparent oder so ein Plakat hätte es halt so auch ohne Sachbeschädigung die gleiche Aussage gebracht. Ähm, die Antifa macht sehr viele gute Sachen, gar keine Frage. Würde ich auch nicht sagen, dass es, ähm, dass es genau die gleiche Aussage hätte, weil letztendlich ist es ja auch irgendwie eine Grenze, die man überschreitet, indem man teure Fassaden beschmiert. Und es tut dann ja auch den Leuten weh, die das bezahlen müssen. Und das sind ja meistens eher die reicheren Leute oder irgendwie der, die Stadt, die das bezahlen muss. Ja, Steuern. Deswegen ist es schon ein anderes Statement. Na klar, das ist ja wie wenn irgendwie Bullenautos angezündet werden. Klar kann ich mir auch ein eigenes Auto kaufen und kann es anzünden. Na, es wird halt keinen jucken. Aber dadurch, dass es halt öffentliche Gelder sind oder Menschen angegriffen werden, die halt irgendwie reicher sind mit solchen Beschädigungen, hat es halt nochmal eine ganz andere Wirkung. Und das muss man nicht gut finden. Kommt auch drauf an, wie man es macht. Also ich glaube, wenn ein Plakat oben am Theater, also wirklich am Dach mit einer Drohne oder so, oder weißt du, klettert einer mit dem Seil hoch, da festgemacht wird, ich glaube, das hat schon richtig Aussage. Also da wird auch drüber berichtet. Ja, stimmt. Man muss halt nur, also es muss halt nur spektakulär sein in irgendeiner Form. Ja, aber Sachbeschädigung ist doch nie geil, auch wenn es einen Reichen trifft. Es ist doch nie irgendwie, es lässt doch den Täter irgendwie nicht als eine geile Person dastehen vor vernünftigen Leuten. Also nur, dass die das intern geil finden, meinetwegen. Naja, es geht auch so ein bisschen um das Thema Gentrifizierung und so weiter. Und dass man jetzt auch nicht mit, in Weimar nicht unbedingt, gibt es auch das Problem, aber nicht unbedingt. Aber es geht auch so ein bisschen darum, zu zeigen, naja, irgendwie gibt es Widerstand gegen diese Leute. Und ich verstehe schon die Argumente von beiden Seiten. Es kann schon eine Wirkung haben, wenn man solche Sachen macht, aber man muss es halt nicht gut finden. Und ich würde es auch nicht machen. Ich, wer ist denn diese Lina, die befreit werden soll, Tino? Das weiß ich auch nicht. Das ist eins der großen Graffitis, Free Lena oder Lina, ich weiß es gar nicht genau. Das weiß ich nicht. Irgendwas, Polizei, doof. Was die Antifa mal machen könnte, was ich cool fände, es gibt ja diese Kamera neben dem C-Keller, die so auf die, die könnte man ja mal im Rahmen des Gesetzes schmücken. Also ob diese Nachbar sollen nicht sonderlich geil sein. Na fang doch an. Ich bin da gerade nicht. Ach so. Ja, also, letztes vielleicht dazu, ich verstehe halt manche Sachen nicht. Ich habe ja eh schon so ein kleines Problem mit ACAB, weil ich glaube, auch wenn man das irgendwie sich hinreden kann mit, ja, die guten Cops, die die bösen Cops dulden, sind auch böse Cops und so. Das kann ich alles nachfühlen. Aber ich glaube, die Aussage an sich ist nicht so zielführend bei der Sache. Und was ich halt gelesen habe beim Schwanseebad, da steht jetzt All Cops are Targets. Und das finde ich einfach viel zu offensiv, als dass es in irgendeiner Form für ein Klima sorgt, was das irgendwie löst. Aber natürlich kann man auch nicht immer mit Blümchen und Bärchen Missstände ansprechen, weil die Polizei in Weimar ist ja sehr, sehr hart in der Kritik die letzten Jahre. Aber Targets und dann so ein Fadenkreuz daneben, das ist nicht die feine englische Art, Leute. Dann macht BCAB Weimar Cops are Bastards, weil ich habe auch schon gute Erfahrungen mit solchen Polizisten gemacht. Und habe sie auch schon mal benötigt und es hat mir geholfen. Ich finde dieses All in vielerlei Hinsicht sehr unsinnig. Aber ihr seid gar nicht mehr up to date. ACAB heißt schon lange nicht mehr All Cops are Bastards. ACAB heißt inzwischen Anna-Lena, Charlotte, Alma, Baerbock. Davon habe ich gehört. Wir kriegen wieder eine Bundeskanzlerin, seitdem Laschet aufgestellt ist. Endlich. Nice. Ach, das war jetzt die Überleitung. Kann eine sein, wenn du es zulasst. Ich bin dabei. Nee, ich möchte die bitte kaputt machen. Können wir ganz kurz über Armin Laschets exponentielles Impfwachstum sprechen? Wieso? Da bin ich nicht so drin. Hat er sich jetzt fünf Spritzen gegeben oder kriege ich endlich eine? Nein, er hat gesagt, die Impfraten in Deutschland wachsen exponentiell. Ah, okay. Das heißt, wir sind in fünf Tagen alle durch oder was? Nein, das heißt es nicht. Aber das heißt, dass sich für jeden Geimpften die Zahl der nächsten Geimpften um einen Faktor multipliziert, was nicht der Fall ist. Folglich weiß der Mann einfach nicht, was exponentiell bedeutet. Aber er ist ja nicht Professor oder Lehrer oder sowas? Ähm, insbesondere Kanzlerkandidat. Ja. Leider, der CDU. Es gab ja einen so richtig krassen Machtkampf zwischen Söder und Laschet. Ach, leider. Warum leider? Ich bin jetzt kein Fan von Laschet. Vom Söder auch nicht. Das Gute ist, noch keiner ist voll Fan von Laschet. Ach so, du meinst, dass es den anderen Parteien zugutekommt? Möglich. Zum Beispiel den Grünen? Allen möglichen, die nicht CDU sind. Also, das sieht man ja total in den Umfragen, die direkt drauf veröffentlicht wurden. Tino, eine neue Mutti. Ja, ist sie ja auch. Die ist ja auch wie Mutter und er ist 40 Jahre, also sehr jung. Das wäre mal was Neues. Not my Mutti. My Mutti muss hässlich sein und 80 plus, oder was Merkel halt ist. Ungefähr, die ist ungefähr 80. Ne, die sieht ja die letzten 16 Jahre gleich aus. Es gibt ja diese Vergleichsbilder von Obama vor und nach Präsidentschaft. Bei Merkel ist es einfach gleiches Bild. Ja, stimmt. Die ist gleich schön. Die hatte keinen Stress im Amt. Die ist gleich schön, genau. Das heißt aber echt, dass wir tatsächlich Ende des Jahres eine Baerbock als Kanzlerin haben könnten, wenn die Umfragewerte so bleiben, wie sie jetzt sind, dass die Grünen die stärkste Kraft sind. Ich halte das auch für absolut nicht unwahrscheinlich. Ja. Ich meine, wer sonst? SPD ist drunter, also wenn es Ampel wird, FDP ist drunter. CDU wird höchstwahrscheinlich drunter sein, wenn es schwarz-grün wird. Also, wer soll es werden? Ich bin da noch zurückhaltend. Jedes Mal denkt man und dann, weißt du, dann kommen irgendwie aus irgendeinem Altershype noch ganz viele Leute raus und sagen sich, ach, Dormin! Ja, das stimmt leider, ja. Mal gucken. Umfrage, Schmummfrage, sage ich mal. Ich habe auch mal ein Praktikum gemacht in einem Altenpflegeheim und das war zu einer Bundestagswahl oder war es Landtag? Irgendeine Wahl war das jedenfalls. Und da haben wir auch uns drüber unterhalten, so im Nachhinein. Und da haben echt viele erzählt, dass sie einfach nur CDU gewählt haben, weil sie es schon immer gemacht haben. Und es gab auch Meldungen darüber, dass die CDU teilweise Shuttlebusse in Altenheime geschickt hat, um die Leute abzuholen, um in die Wahlkabinen zu fahren. Geil. Für die ist das dann ein richtiges Happening. Die dürfen endlich mal raus, weißt du? Das können sie nicht machen dieses Jahr wegen Corona. Also es kann sich alles ändern. Ich glaube, dass die Rentner leider mindestens dieses Impfangebot gehabt haben werden. Und September ist ja dieses ominöse Ende des Sommers. Ob da noch so richtig Corona ist? Ich würde es hoffen, aber hm. Also vielleicht sind ja auch einfach die Umfragen so, weil die CDU-Wähler tatsächlich durch Corona ein bisschen gelichtet worden. Ja, oder weil es die Partei am laufenden Band verkackt. Aber das ist jetzt wieder politisch, dass wir es jetzt gar nicht gesagt haben. Ja. Niemand hat die Absicht, etwas Schlechtes über die CDU zu sagen. Ja, die Corona-Pandemie betrifft ja vor allem ältere Menschen und Menschen, die sich gegen die Maßnahmen weigern und sich eher anstecken oder eher infizieren. Das betrifft ja eher CDU- oder AfD-Wähler. Tino, Tino, Tino. Was machen wir hier? Was? Mach mal. Nee, also ich... Ja. Also, Herr Rodes. Okay. Du wolltest ja einen, ähm, einen Podumcast machen. Ja. Zur Wahl. Ja. Und hattest mir, glaube ich, noch gar nicht geantwortet, ob wir das letzte Mal vor oder hinterher gemacht haben. Ich wollte halt jetzt fragen, den Tino könnte man ja da einladen. Ach. Aber wie genau findet das denn statt? Also ich brauche keine linke Propaganda in meinem Podcast. Ja, okay. Aber die Zuhörer. Aber danach können wir ihn gerne einladen. Okay, das machen wir vorher zu zweit. Ich weiß es halt echt nicht mehr, ob wir das letzte Mal vor der Wahl oder nach der Wahl gemacht haben. Der war wöchentlich. Ja, weiß ich nicht. Doch, war. Also ich bin emotionless. Also ich bin gerne zu Gast, aber ich höre es mir auch gerne einfach so an als Externer. Und freue mich, was ihr so erzählt habt. Schön. Wir gucken mal, wie sich bis dahin die Leser von Brennpunkt Internet vermehrt haben oder von Padumcast vermehrt haben oder nicht. Wenn wir da irgendwie wirklich einen Impact haben könnten, dann überlege ich mir das nochmal genauer, als wenn wir eventuell keine haben. Ach so, du willst wirklich die Wahl aktiv manipulieren mit diesem Podcast. Ich finde es krass, dass die Brennpunkt-Leute hier solche Gedanken haben. Also in meinem Padumcast würde ich mich freuen, wenn wir über die Wahl die Menschen informieren könnten, das Richtige zu wählen. Ah, okay. Ah ja, das Richtige. Gut. Tino, was ist denn das Richtige? Genau, wer dieses Jahr nicht wählen kann, ist Willi Herren. Ja, hat sie mir geschrieben? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Me too. Tino darf erklären. Oh nein. Ja, also es ist halt ein Schauspieler und Ballermann-Schlagersänger. Ach, na klar. Und Reality-Showstar. Der ist, glaube ich, in der Lindenstraße bekannt geworden. Ich weiß es nicht genau. Und ist wohl jetzt an der Drogenüberdosis gestorben. Und war bei allem dabei. Bei irgendwelchen Dschungelcamps oder bei Promis unter Palmen und so weiter. Wohl auch in der aktuellen Ausgabe, glaube ich. Also irgendwie habe ich gelesen, dass die aktuelle Staffel jetzt eingestellt wird. Erstens wegen Prinz Markus von Anhalt, der homophob sich geäußert hat. Und jetzt gerade verklagt wird wegen Volksverhetzung. Und jetzt ist halt Willi Herren gestorben. Alles nur Halbwissen, aber ich glaube, das gelesen zu haben. Stopp, 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 stopp. Vielleicht ist er nicht gestorben. Und wir machen folgendes. Es gab ja auch diesen Vorfall mit DSDS und dem Wendler. Wir nehmen, also man müsste ja jetzt quasi diesen Prinz verschmieren, wie das DSDS gemacht hat. Aber wir nehmen einfach das Gesicht von diesem Toten und kleben das auf dem, von der, der nicht mehr gezeigt werden darf. Ah. Lösung. Voll gut. Ja. Würde ich mir nicht angucken. Ich habe schon wieder vergessen, worum es geht. Also ich auch nicht. Der Mann hinter dem Bauch trägt er hier als T-Shirt. Willi Herren. Überdosis. Ja, 45 Jahre alt. Ich frische hier Tinos Halbwissen mal auf. Deine Frau Jasmin. Der ist halt so ein, so ein ZC-Promi irgendwas, der halt seit Jahren rumdümpelt in allen Reality-Shows und so bei Ballermannen da rumtanzt. Naja, Tino, sag das mal nicht zu schnell. Hätte der einen YouTube-Kanal, würde der jetzt durch die Decke gehen. Das kann sein, ja. Deutscher Entertainer. Ja, ich kenne keinen Song von dem. Ich weiß nicht, also irgendwie steht hier geschieden oder also Jasmin Herren 2018 bis 2021. Ich weiß nicht, ob das durch den Tod ist oder nicht, weil hier ist so ein Bild da ist, das ist so ein Zweigerissen zwischen den beiden. Ehefrau Jasmin nennt den traurigen Trennungsgrund. Ach du Scheiße, Jasmin hat ihn in die Überdosis. Trennungsgrund. Trennungsgrund. Ja. Thema Tod, kommen wir zu interessanteren Themen. Jetzt müsst ihr wieder. Ja. Es mussten Astronauten um ihr Leben bangen. Die wären fast gestorben, weil da ist so eine Rakete zur Raumstation ISS geflogen. Mehr weiß ich auch nicht, weil mich das nicht interessiert. Herodes. Ach, ich habe das auch nur so am Rande mitgekriegt, aber es scheint gut gelaufen zu sein. Hm, schade. Na gut, nächstes Thema. Was auch, was nicht gut gelaufen ist, ist der Hashtag alles dicht machen. Oh ja, das habe ich auch wieder nicht wirklich verstanden. Also es waren jetzt irgendwie 32 Schauspieler, die im Video ironisch geredet und halb rumgeheult haben. Das war dann irgendwie schlimm. Erste Korrektur, es waren 32 SchauspielerInnen. Das halte ich für ein Gerücht. Und ja, es ist halt so ein Video, wo sich irgendwie so Menschen aus dem Schauspielbereich in so Rollen begeben und völlig ironisch, aber übertrieben die Corona-Maßnahmen verteidigen. Und wir müssen das alles dicht machen und nämlich, ich brauche mehr Angst in meinem Leben und so. Und das soll lustig sein, auf irgendwas aufmerksam machen, aber keiner weiß, worauf es aufmerksam machen soll. Und das ist halt einfach so cringig. Und es haben sich auch schon ein paar distanziert von diesem Video, weil sie nicht so richtig Kraft haben, was sie da eigentlich machen. Von wem kam denn die Idee? Das ist das Nächste. Im Impressum steht irgendwie so ein Typ drin, der wohl auch schon Corona-leugnerisch sich geäußert hat, dass es kein schlimmer Virus wäre und so. Also so ein ganz uncooler Typ, der das nicht so richtig ernst nimmt, hat es irgendwie geschafft, diese Kampagne ins Leben zu rufen und da ganz viele Schauspieler zu engagieren. Und es hat irgendwie eine ganz falsche Signalwirkung erzeugt. Und ganz viele auch Schauspielkollegen haben sich inzwischen davon distanziert, auch von den Kollegen und gesagt, ja, wie kann man so ein dummes Zeug labern? Nur weil ihr mal ein Jahr keine Aufmerksamkeit bekommen habt, müsst ihr jetzt so ein dummes Video machen und so. Also es ist eher cringy und eher eine Aussage, die man nicht versteht. Man kann sowas machen natürlich, das ist irgendwie natürlich Kunst und Meinungsfreiheit, aber es hat einfach in meinen Augen nicht gelungen. Und ich verstehe die Aussage dahinter irgendwie auch nicht. Auf der einen Seite wollen sie die Maßnahmen schon irgendwie beibehalten und sagen, naja, wir müssten gegen das Virus kämpfen. Auf der anderen Seite stellen sie das wieder in Frage durch ihre Übertreibung irgendwie, dass man blind auf die Regierung hören muss. Das ist irgendwie eine ganz komische Aussage, die keiner so richtig versteht. Okay, da bin ich nicht der Einzige, das freut mich. Weil ich fand es irgendwie so irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es dumm finden sollte oder ob ich selbst zu dumm war, um es zu verstehen. Das hat mich nicht wirklich erreicht. Nee, nee, das hat keiner verstanden. Es sind so große Namen dabei wie Heike Makatsch oder Jan-Josef Liefers, die eigentlich ganz coole Leute sind. Also Liefers vielleicht nicht gerade, aber so Heike Makatsch, die ist ja für mich auf der richtigen Seite immer gewesen und sehr reflektiert und auf einmal in so einem Video mit dabei. Sie war wohl eine der Ersten, die sich jetzt davon distanziert hat und auch Leute wie Christian Ulm und Norad Schörner, die da nicht mitgemacht haben. Aber die haben auch schon so getwittert, dass sie diese Aktion peinlich finden, sich für ihre Kollegen schämen. Aha, okay. Also, ich bin hier gerade mal in den Kommentaren bei dem Upload auf YouTube, der am meisten Aufrufe hat. Und da sind auf jeden Fall in den Kommentaren alle so, pro Corona ist dumm und Maßnahmen sind dumm. Also es wird auf jeden Fall so verstanden, dass diese Schauspieler alle gegen die Regierung sind. Ich habe mir das Video ja jetzt noch nicht angeguckt, weil ich euren süßen Stimmen lauschen muss. Aber es wird auf jeden Fall so verstanden, wie es wahrscheinlich nicht verstanden werden soll, wenn man die Schauspieler an sich fragt. Ja, es gab auch Applaus von den Querdenkern und von der AfD. Auch Weidel hat das Video geteilt und hat gesagt, Glückwunsch an die Leute, die da mitgemacht haben. Und wenn das passiert, dann weißt du, dass du verkackt hast. Vielleicht war das ja ein Prank. Aber es ist ja noch nie passiert, dass deutsche Schauspieler vor die Kamera getreten sind und dabei Scheiße entstanden ist. Noch nie. Oder dass sie dabei in Rollen schlüpfen, die sie nicht so sind. Ja, das passiert eben, wenn Schauspieler irgendwie ohne Regieanweisungen arbeiten müssen. Ah, da lag. Das können nicht alle. Aber die haben das jetzt so quasi zurückgezogen, der Großteil davon? Nee, nee, nicht der Großteil. Es gibt so einzelne Leute, die sich distanziert haben. Es haben ein paar versucht zu erklären und es ist ja auch nicht schwarz-weiß. Also, es sind ja auch Leute dabei, die jetzt Corona schon ernst nehmen und auch Maßnahmen haben wollen. Aber die halt nicht verstehen, warum bei der Kultur zuerst gespart wird, warum die halt nicht stattfinden darf. Während man die Wirtschaft irgendwie ganz groß aufbaut und immer wieder Geld reinsteckt. Aber bei der Kultur wird halt irgendwie nichts getan. Und Theater werden geschlossen, obwohl alle in Bussen sich setzen dürfen und in Flugzeuge. Das ist halt so ein bisschen auch die Aussage. Deswegen ist es, verstehe ich, manche Schauspieler in dem Video so, die da die Schnauze voll haben. Aber ich verstehe halt nicht die Art und Weise. Dem kann ich folgen. Cool. Deutsche Schauspieler, immer ein Garant für Gutnis. Ja, vor allem, du hast gerade zwei Hochkaräter genannt, von denen ich mindestens einen nicht kannte. Und die anderen kenne ich halt alle auch nicht. Naja, also Jan Josef Liefers ist ja so ein Tatort-Schauspieler. Und Heike Makatsch, die spielt ja so öfter so böse Rollen in irgendwelchen Kinderfilmen. Wie... Heike Makatsch, die kenne ich, die ist in einem Ärzte-Song angesprochen worden. Genau, die ist auch so, ja, mit den Ärzten befreundet, würde ich fast sagen. Und wer? Ja. Heike Makatsch. Okay. Thema schlecht, die Idee, die dann bereut wurde. Ich hab's letzte Woche, wollte ich los und für meine Liebsten einen Pinky Glove kaufen. Wurde nicht, gab's nicht. Warum nicht? War vergriffen. Nee, wurde, wird nicht mehr hergestellt. Ja, wurde eingestampft. Weil Morddrohung. Toll. Ja, das ist echt uncool. This is why we can't have nice things. Ja. Naja, nice. Tino, du mit deiner Hasspropaganda hier letzte Woche, das war auf jeden Fall jetzt deine Schuld. Ich muss ehrlich sagen, selbst ich bin diesen Hasspropagandisten, ähm, geiles Wort, ein bisschen... Anheim gefallen. Anheim gefallen. Nee, also ich, ich dachte, ich hatte schon Sorge, dass ihr auch sowas macht. Aber tatsächlich habt ihr es auch sehr sachlich gesehen, fand ich. Auch Tingo. Dankeschön. Bitte, bitte. Schön. Schön. Ich muss aber auch sagen, das ist, äh, jetzt rätst du schon wie Tino letzte Woche, ähm, das wird mir langsam ein bisschen öde, dieses Totschlag-Argument, ich hab Morddrohungen, das ist irgendwie langweilig. Ja, es klingt jetzt hart, aber... Hallo, ich möchte jemanden anzeigen, der mich umbringen war. Das ist doch echt langsam langweilig, das Thema. Ey, komm. Ja, irgendwie haben wir schon fünf Einbrecher. Langsam wird's unkreativ. Wir kommen jetzt nicht zu Ihnen. So meine ich's nicht, aber aus einer, aus einer Spektake... Spektator-Sicht, ja, wir sind ja hier, wir sind ja hier quasi Sensationslüstern. Und jedes Mal wird es ja aufgelöst im Sinne von, okay, das ist jetzt vorbei, es gab Morddrohungen. Also was machen wir? Da ist dann halt irgend so ein... Ja, also ich verstehe das ja voll für die Leute, dass das gruselig ist und so, aber da ist dann halt irgend so ein Zwölfjähriger im Internet, der schreibt, ey, ich weiß, wo dein Haus wohnt, ich komm vorbei mit Molly. Und dann ist das halt scheiße so. Ich verstehe das, dass das nicht geil ist. Ja, Tino, brauchst du gar nicht rechtfertigen. Ich sage das nicht aus einer menschlichen Perspektive hier gerade, sondern aus einer narrativen Sicht, weißt du? Jedes Mal endet die Story mit, ja, sorry, ist vorbei, gab Morddrohungen. Ist doch dumm. Ja, aber was sollen die Hater denn jetzt noch machen, was dich jetzt überraschen würde? Na, weiß ich nicht. Die sollen mal kreativ werden. Eigenhandschuhe erfinden in blau. Ja, genau. Gegenhandschuhe. Handschuhe, in denen man Pinky Gloves wegschmeißen kann. Ja, perfekt. Ich glaube, ich glaube, Leute, seid ruhig, ich veröffentliche das nicht, ich gehe kurz zur Höhle des Löwen, dann könnt ihr den Podcast hochladen, vorher nicht. Okay. Wir try. Ihr findet Pinky Gloves auch so eine Scheißidee? Ich habe hier die Gloves für Pinky Gloves, schmeißt die damit weg. Ach, nee, komm. Ja, also ich kann schon verstehen, sodass viele frustriert waren, aber wenn es so weit geht, dass man irgendwie die Familienmitglieder und auch sie selbst bedroht mit Mord, das ist halt einfach, also unnötig, also die hatten schon genug Hass abbekommen, zum Teil auch verdient, dieser Shitstorm, aber wenn es irgendwie den Hass überschlägt und in Morddrohungen, das würde ich, ist meine persönliche Meinung und ganz schwierig, uncool. Das ist halt die Sache, bei jedem Shitstorm gibt es das halt immer. Keine Ahnung, das ist, das ist einfach so unspannend. Also ich verstehe auch nicht, wie man auf sowas halt hinreichend Wut entwickeln kann, dass mir jemandem irgendwie was androht, weil für mich erregt das irgendwie halt ein massives Augenrollen, aber das war es dann auch. Ja, das sind halt Trolle, das sind, Alter, das sind halt nicht mal ein Prozent, das ist jetzt hier, ne, das ist wieder völlig aus der Luft gegriffen, aber wann wird denn mal jemand umgebracht wegen fucking Handschuhen? Das ist immer Gelaber. Bis wirklich jemand mit Handschuhen umgebracht wird, Robin. Ja, ich weiß, aber... Dann sagst du, warum hat die Regierung nicht gehandelt? Oh, ich, wie gesagt, nicht aus einer menschlichen Sicht hier betrachten. Ich möchte nicht, dass Leute, äh, Strapazen haben im Leben. Das ist rein aus einer narrativen Sicht. Narrativ? Naja, weißt du, du hast hier eine spannende Story, die sich aufbaut und dann, ja, und dann, so. Das ist halt wie damals, als hier, äh, als sie, als Giga, äh, noch geil war und, äh, Pitches gemacht hat, Gaming-Pitches. Auf der Venus. Und dann wurde halt ne geile Story erzählt und am Ende, und dann ficken sie. So, und das ist halt genau das. So, es läuft immer aufs selbe hinaus. Und dann nicht sagen, Will, Porno ist die gleiche Scheiße wie Shitstorms. Dann möchte ich, dass du bis nächste Woche ne Idee heranbringst, wie sowas sonst enden soll. Vielleicht keine Morddrohung, sondern ne Mord. Ginge alles. Ja, mit Mord ist beenden. Und dann wurden die beiden umgebracht. Und das Produkt kam doch nicht auf dem Markt. Und wenn sie nicht gestorben sind, oh. Ginge? Ja, gut. Ich kenn diese Menschen nicht, ehrlich gesagt. Ich hab die mir nicht mal angeguckt. Ich hab keinen Bezug zu denen. Sonst würde ich jetzt bestimmt nicht so flachsig drüber reden, über diesen Ronny und Kevin oder wie sie hießen. Die hießen bestimmt so. Was ne relativ, äh, ernstere, äh, Angelegenheit war und Bedrohung, die im Raum stand, war, Mühlhausen geht spazieren. Oh nein. Habt ihr das gesehen? Warum, warum, warum weiß ich, dass das schon wieder so ne dumme Scheiße ist? Ja, 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 ja. Also ich hab zu Mühlhausen einen einzigen Bezug. Da gibt's nämlich eine, eine Skatehalle, in der ich relativ oft war. Ja, und ich weiß aber auch aus der Vergangenheit, dass Mühlhausen jetzt so ein kleines bisschen wie Apolda ist. Ja, das ist natürlich meine Außenwahrnehmung, aber auch Dinge, die dann vor Ort gesagt wurden. Hier, geh da, wenn du auch von der Skatehalle kommst, geh lieber rückwärts nicht da diesen komischen Weg lang. Da sind dann abends immer die Assis und verwackeln die Leute. Darf ich bitte ganz, ganz kurz die Nichtlokalen abholen, denn Apolda ist ein sehr asoziales Kapp in Mittelthüringen und Mühlhausen ist auch in Mittelthüringen, okay. Ja, ähm, Apolda hat, glaube ich, in ganz Thüringen so den schlechtesten Ruf. Vielleicht gibt's noch Kala oder so, die auch nicht gut wegkommen. Aber von den größeren Städten auf jeden Fall ist Apolda, ja. So, und Mühlhausen geht spazieren, war natürlich wieder so eine Hygiene-Demo und da gab es Pressefotografen, die sehr aggressiv angegangen wurden und bedroht wurden. Ganz am Ende gibt's sogar eine Frau, die sagt, äh, warte, wenn ich mich irgendwo finde, wenn ich euch irgendwo, wenn ich irgendwo meine Bilder finde, ich kann das auch nochmal kurz anhören. Und ihr überlebt das nicht, sagt sie halt. Und der Journalist fragt extra nochmal nach, ist das eine Drohung, ist das jetzt eine Morddrohung? Und da sagt sie, das ist jetzt eine Drohung. Ist das eine Morddrohung? Das ist jetzt eine Morddrohung. Also da haben wir schon mal was Handfesteres und die haben halt diese richtig freudige... Weißt du, Robin, diese Story endet schon wieder so scheißend langweilig. Ja, ich weiß, ich weiß. Deswegen hab ich das ja auch gesagt. Aber hier ist es halt ein bisschen handfester. Hier ist es kein zwölfjähriger Keyboard-Warrior, sondern ein wütender Möpp, der zwei Journalisten angeht. Und das ist schon echt nicht so angenehm zu sehen, muss ich sagen. Ja, davon musst du gar nicht nach Mühlhausen gehen. Es gab auch letzte Woche am Montag so eine komische Demo von Hygienespaziergängern hier in Weimar. Und die haben wieder erzählt von wegen, ja, die aggressiven Linken und so. Da muss man dagegen vorgehen. Und wir gehen auch spazieren für unsere Freiheit und so. Am Ende des Abends wurde halt ein Linker vertroschen von Querdenkern. Ja, also die haben auf jeden Fall ein großes Problem damit gehabt, gefilmt zu werden. Und haben nicht so ganz das mit der Pressefreiheit verstanden. Erst recht bei einer öffentlichen Veranstaltung. Aber was ich mich wirklich langsam frage, diese Querdenker-Sache läuft doch völlig aus dem Ruder inzwischen. Das sind doch einfach nur noch ostgefährliche Menschen, die es irgendwie durch manipulative Sprechweise schaffen, sich selbst zu rechtfertigen. Und sich selbst in jeder Situation, in denen sie zurechtgewiesen werden, als Opfer darzustellen, um ihr eigenes Narrativ zu stärken. Wie können wir dagegen vorgehen? Weil es muss langsam passieren. Wird diese Bewegung mit dem Ende von Corona auch aufhören? Schön wär's. Mich erinnert das, ich hab's gerade nochmal. Ich hab eine Idee. Wir könnten den Querdenkern mit Mord drohen. Vielleicht würde das diese Sache beenden. Dann so, ey Leute, Leute. Es steht dann Attila auf Demo. Ey Leute, mir wurde mit Mord gedroht. Die Sache ist jetzt vorbei. Aber ohne Mist sind doch in den letzten Monaten immer schlimmer geworden. Jetzt gehen die halt schon auf Leute los. Wo führt das hin? Nicht, dass das sich doch irgendwie in eine gesellschaftliche Bewegung oder so gießt, die ernstzunehmend ist, die jetzt gerade nicht ernst genommen wird. Und das stimmt, was machen die denn, wenn Corona zu Ende ist? Alle sind geimpft und alle leben irgendwie noch. Und dann müssen sie irgendwie einsehen. Moment mal, es war doch keine Giftspritze. Und irgendwie leben wir alle noch. Und wir können wieder ohne Maske rumlaufen und haben doch keinen Maulkorb aufbekommen. Und irgendwie gibt's doch noch keine Diktatur hier in Deutschland. Was machen wir jetzt eigentlich? Also ich glaube, die Dynamik wird abeppen, aber die Meinung halt nicht. Es gibt bis heute Leute, die sagen, Biden ist gar nicht im Amt. Das ist der Deep State, gaukelt uns das vor. Eigentlich ist Trump noch Präsident. Aber die haben halt nicht mehr diese krasse Energie. So, diese Dynamik, die das so anpeitscht. Die werden wahrscheinlich weiter ihre dumme Meinung haben. Und es werden ja auch nicht alle geimpft. Die Querdenker lassen sich ja nicht impfen. Ach so. Auch in Amerika übrigens, passt gerade dazu, ist aktuell die Annahme, dass Herdenimmunität gar nicht erreicht werden kann, weil es so viele Republikaner gibt, die sich nicht impfen lassen. Cool. Und ich glaube nicht, dass es in Deutschland auch so krass ist, aber es werden sich nicht alle impfen lassen. Das faktisch nicht, aber Herdenimmunität kommt doch auch teils durch Seuchung. Das heißt, es wäre dann nicht die feine Englische, aber es würden früher oder später ja alle bekommen. Aber es ist nicht sinnlos bei dem Virus, weil das doch eh mutiert. Das ist doch wie eine Grippe. Also im Vergleich mit dem Virus, ja. Also der mutiert ja auch jedes Jahr. Und es ist ja für wir normal, dass die irgendwie sich verändern jedes Jahr. Und es gibt ja auch jedes Jahr eine neue Grippeimpfung. Und es ist doch, dachte ich, bei Corona ähnlich. Das heißt, auch wenn alle mal Corona hatten, ist es ja nicht vorbei danach, weil dann die Mutationen kommen und man sich nochmal anstecken kann. Vermutlich. Also Corona wird nie weg sein. Der Punkt ist, es wird nicht mehr auf eine komplett nicht immune Bevölkerung treffen. Und deshalb wird es höchstwahrscheinlich nicht nochmal in der Form zur Pandemie werden. Aber zirkulieren wird es. Aber der Punkt ist, wenn alle wenigstens das Virus einmal hatten, dann können die es wieder bekommen irgendwann, das ist klar. Es wird aber wahrscheinlich nicht mehr zu so einer Riesenwelle kommen. Also zumindest nicht krasser, als wie du selbst sagtest. Wir wissen ja alle seit eineinhalb Jahren, Corona ist nur eine Grippe. Genau. Wie du gerade sagtest. Ich habe es ja nochmal wiederholt. Ich habe es genauso gemeint und gesagt. Schön. Aber alles, was ich davor gesagt habe, war ernst gemeint. Ja, was auch ernst gemeint war, war das Urteil gegen den Mörder von George Floyd. Das wurde diese Woche nämlich ausgesprochen. Ja, endlich. Es gab drei Anklagepunkte und in allen drei Punkten ist er für schuldig befunden worden. Das war auf jeden Fall das beherrschende Thema diese Woche in den Vereinigten Staaten. Und da gab es einige Leute, die sich wieder richtig mit rumbekleckert haben. Mein Darling, Ben Shapiro, der ja so ein Vorzeige von den Republikanern ist, so ein Vorzeige. Ja, was ist er eigentlich? Meinungsmann. Ich weiß gar nicht, was seine offizielle Berufsbezeichnung ist. Meinungsmann. Der hat halt den Tweet des Jahrtausends abgesetzt. Denn es wurde gesagt, also es gab einen Tweet, der hieß ja, der Täter, irgendwie Schorwin heißt der, glaube ich. Der wurde für schuldig befunden. Und dann hat er tatsächlich darauf geantwortet. Und wir wissen alle, dass, äh, also Justice, genau das ist noch wichtig. Der, der, der Täter wurde für schuldig befunden. Justice has been served. So. Und dann hat Ben Shapiro gesagt, und wir wissen alle, wer ist zu einem anderen Ergebnis gekommen, würdet ihr nicht sagen, Justice has been served. Was halt in seiner Logik bedeutet. Wir wissen doch alle, wenn der für nicht schuldig, dann hättet ihr gesagt, aha, da hättet ihr nicht gesagt, die Gerichte haben recht. Aber das Argument ist quasi. So ist das mit verurteilenden Mördern. Ne, ja, genau. Ein Mörder, der des Mordes bezichtigt wurde, ist eine gute Sache. Ein Mörder, der nicht des Mordes bezichtigt wurde, ist keine gute Sache. Aber er hat es halt so als, haha, wisst ihr, hätten die Gerichte anders entschieden, hättet ihr euch beschwert. Willkommen in der Verfassung jedes demokratischen Landes. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr großartig. Der wurde dann auch weitreichend verspottet. Es war sehr witzig, äh, die, die Replies zu lesen. Aber das ist so, Alter. Dieses Essen, dieses Essen schmeckt sehr gut. Ja, aber wenn es dir nicht gut schmecken würde, würdest du nicht sagen, dass es gut schmeckt? Hä? Aber stell dir das Szenario doch mal vor, Gericht sagt, okay, der hat den irgendwie voll erwirkt, nicht schuldig. Also, okay, wenn das Gericht das sagt. So, als ob irgendein Szenario gäbe, what the fuck. Was erwartete er also? Ja, das ist ein cleverer Typ. Ich hatte das ja in der Oase auch angesprochen. Der meinte auch damals, äh, als es aufkam, so, Klimawandel, Meeresspiegel steigt. Und dann hast, kannst du halt in deinem Haus nicht mehr wohnen. In Florida zum Beispiel, weil halt der Wasserspiegel steigt. Und dann meinte er so, ja, aber wenn dein Haus, dann verkaufst du es halt einfach. Smart. Und dann ist natürlich die Frage, an wen verkaufst du denn bitte dein scheiß Haus, wenn es unter Wasser steht, so? Na, an Fische. Wahrscheinlich, ja. Der hat immer mal wieder so geile Ausschläge. Und er ist halt, der macht mich so richtig, so richtig, ja, vielleicht ist es auch triggern manchmal ein bisschen. Weil er halt der größte, die größte Snowflake von allen ist, aber halt alle immer so als Snowflake bezeichnet. Der war mal sehr offended, weil, ähm, Cardi B hat einen Song über ihre Wet-Ass-Pussy gemacht. Und er fand das gar nicht gut. Und er hat gesagt, seine Frau sagt, äh, wenn, wenn, wenn du eine Wet-Ass-Pussy hast, das ist dann ein Zeichen, dass es, dass du krank bist oder irgendwie so. Und da wurde er auch schon so geil verspottet. Weißt du, seine Frau irgendwie, die sagt, nee, nee, wenn ich nass, ich, ich muss so trocken sein, Ben. Alles gut. Das wäre sonst ungesund. Ja, der hat immer mal wieder so Dinger. Aber er wird halt so gefeiert als so ein Intellektueller. Das Ding ist halt, dass der immer übelst schnell redet. Und dass er immer so, äh, Strohmänner baut. Der sagt dann, äh, hypothetically, ja, jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre so und so. Und gegen das argumentiert er dann. Und das ist halt jedes Mal so dumm. Aber, also, objektiv ist es dumm, aber auf einer, auf einem Ersteindruck wirkt es halt erstmal irgendwie clever. Naja. Aber, aber das Strafmaß ist noch nicht aus, ne, von, von dem, von dem Mörder. Äh, doch, nicht. Ich dachte, es wird das noch verkündet irgendwie, habe ich gelesen. Ja, aber ich vermute mal, das wird dann schon irgendwie mindestens lebenslänglich sein, oder? Strafmaß? Äh, Schorwin-Urteil. Wir warten, bis das Thema, äh, aus den Medien raus ist und dann kriegt er so Arbeitsstunden. Ja, wahrscheinlich. Ja. Bei der Polizei. Easy. Ne, also ich verstehe die Argumentation so ganz leicht. Es gab auch noch einen anderen Fox-News-Host, der in diese Richtung übelst ausgerastet ist, dass selbst seine, seine Mit-Moderatoren da eingreifen mussten. Der hat halt gesagt, ich finde es gut, dass der verurteilt wurde. Selbst wenn er unschuldig gewesen wäre, weil, wenn er als nicht schuldig da gestanden hätte, hätte es wieder, ähm, Revolte gegeben und da habe ich keine Lust drauf. Oh. So. Das ist halt auch so richtig dumm. Also ich, ich verstehe diese Argumentation, dass man fühlt wie, wir müssen den jetzt verurteilen, weil sonst drehen die Leute durch, aber es ist ja trotzdem das richtige Urteil. Ja. Es ist ja Quatsch zu sagen, dass es jetzt nur ein erzwungenes Urteil ist, weil die Leute sonst durchdrehen. Wir haben ja wahrscheinlich auch alle das Video gesehen so und da ist halt eindeutig was passiert. Nun, George Floyd auf jeden Fall. Dieses Kapitel ist jetzt wohl erstmal abgeschlossen. Auf jeden Fall. Es gibt jetzt gar keinen, gar keine Wut mehr gegen dunkelhäutige Menschen und ähnliches. Das hat sich hiermit geklärt. Nein, so meine ich das nicht. Denn wenn man die tot macht, kommt man ins Gefängnis. Womöglich. Okay. Der Rassismus ist besiegt. Geil, okay. Was machen wir als nächstes? Ja, es ist ja auch keine, haben auch viele betont, es ist keine Gerechtigkeit, sondern, äh, also keine Wiedergutmachung, sondern einfach nur, äh, wisst schon. Das ist ja jetzt eine mega richtig grundsätzliche Sache. Das gilt jetzt nur wirklich für alle Mörder. Ja. Zur Rechenschaft gezogen, so. Das ist halt wahrscheinlich das. Ja, es ist schon ein wichtiges Urteil, dass endlich mal auch ein Polizist verurteilt wird für einen Mord an den Schwarzen. Und es wäre halt wahrscheinlich nie passiert, wenn es diesen Aufschrei nicht gegeben hätte und es nicht gefilmt worden wäre. Das ist ja nochmal die Signalwirkung. Das stimmt, ja. Alter, eins muss ich noch ansprechen, das fand ich richtig schön. Das war wieder so ein Cringe, über den freue ich mich. Die, die Sprecherin Nancy Pelosi, die hatte ich auch schon ein paar Mal angesprochen, Sprecherin vom Haus, die hat so eine Rede gehalten und hat dann so ganz theatralisch in den Himmel geguckt und hat gesagt, danke George Floyd, dass du dein Leben geopfert hast für die Gerechtigkeit. Alter, das ist so schlecht gewesen. Das ist nicht gut. Als hätte er freiwillig sein fucking Leben geopfert. Und du musst dir halt vorstellen, solche Leute, die haben ja wahrscheinlich irgendwie ein Team dahinter, die solche Reden schreiben oder zumindest nochmal durchgehen so. Und die so, ja, kann man so sagen. Und dann, oh, dieses in den Hebel geguckt, Alter. Was ist das für eine Aussage? Ich meine, das Verfahren gab es auch nur, weil er gestorben ist. Ja, ja. Oh, das ist richtig unerheblich. Ich möchte ergänzen, weil du sagtest, sie ist die Sprecherin vom Haus. Es ist nicht irgendein Haus. Es ist nicht das weiße Haus. Ja. Es ist das Orangenhaus. Egal. Genau. Tut mir leid. Ist nicht gelandet, der Gag. I'm sorry. Gut, ich versuche einen nächsten schlechten Gag. Diese Woche war sehr gut, das war eine sehr gute Woche für Genozide, wenn man sie anerkennen möchte. Denn das britische Parlament hat den Genozid an den Uiguren anerkannt, was historisch ist, weil die sich eher da so zurückhalten. Und Biden hat auch den armenischen Genozid jetzt anerkannt, obwohl die Türkei gesagt hat, Alter, wenn du das machst, werden wir böse. Das ist sehr gut für System of a Dawn, wenn ich das gerade nicht komplett verwechsle. Die sind doch die, die immer sagen, hier, guck mal, Genozid in Armenien, oder? Ja, das waren die, genau. Nee, ich meinte, vielleicht meint die einen von den anderen Genoziden. Ach so. Also nice, dann sind ja schon wieder zwei Probleme komplett gelöst. Ja. Es ist wirklich, also diese Woche geht's voran. Nee, aber sonst muss ich sagen, was hilft es diesen Leuten denn? Ja, es ist schon wichtig. Es ist auf jeden Fall wichtig. Also, keine Ahnung, wenn hier Hitler Deutschland fröhlich die Juden vergaßt und die ganze Welt sagt, jo, macht mal, das ist was anderes, als wenn die ganze Welt sagt, das könnt ihr nicht machen. Also es ist natürlich, für die Juden macht's in dem Moment erstmal keinen Unterschied, aber es ist schon irgendwie wichtig, oder? Äh, es ist ein erster Schritt. Ja, nun, also, erläutere gern weiter. Naja, es muss schon anerkannt werden, was da passiert. Also, du kannst ja nicht die Augen und Ohren zu machen und sagen, ja, die machen da ihr eigenes Ding, die spielen halt nur mit den Uiguren. Nee, die müssen halt schon auch anerkennen, dass es halt irgendwie ein Mord ist, ein kultureller... Nehmen wir es am Beispiel von Trump. Und vielleicht, wie wäre das Ganze ausgegangen, wenn es keine vier Jahre des Hohens und der Kritik an ihm gegeben hätte, sondern man hätte ihn einfach machen lassen. Ja. So, weißt du? Ja, finde ich, hinkt halt auch leider ein bisschen, weil ich glaube nicht, dass die Briten die, äh, weiß ich nicht, China-Leute da sonderlich beeinflussen und die jetzt, weil die Briten das sagen, irgendwie anders wählen oder so, oder? Ich verstehe schon, was du meinst. Es hat jetzt erstmal nicht so die Auswirkungen, aber es ist doch trotzdem wichtig und eine Signalwirkung. Es wäre natürlich irgendwie besser, wenn man sagt, okay, dann hier, solange ihr irgendwie hier Leute in fucking Umerziehungscamps haltet, bestellen wir nicht mehr bei euch. Dann, dann bauen wir unser, unseren Reich selber an, was weiß ich. Aber, also, es ist ja auf jeden Fall nichts Negatives, oder? Ich finde, dass Widerspruch sehr wichtig ist, also auch wenn es nur symbolisch ist. Also, das, um auf das Thema nochmal zu kommen mit, mit Demonstrationen, dass es ja immer diese Antifa-Demos gibt gegen, gegen AfD und gegen Querdenker. Klar kann man sagen, man lässt die einfach machen und zeigt denen, dass man sie nicht für sie interessiert. Aber wenn du das machst, dann wird es von der normalen Bevölkerung als normal gesehen, dass man irgendwie so eine Ansicht hat. Und es braucht halt irgendwie eine Gegenmeinung und einen Gegenstrom, um halt zu zeigen, es gibt Leute, die widersprechen euch. Und wir finden, das ist halt eine ganz harte Grenzüberschreitung, wenn ihr da irgendwie von Holocaust-Leugnung sprecht oder von Rassismus sprecht. Also, deswegen finde ich, da stimme ich auch voll zu, aber ich finde, das lässt sich immer noch nicht ganz vergleichen, weil, was ist denn, was juckt es denn China so, wenn jetzt die UK sagt, hier, wir akzeptieren das, was sie da falsch macht, als das, was es ist, oder nicht akzeptieren, was was wurde. Zum einen auch ihr Ansehen in der Welt. Dass sie jetzt öffentlich auch in den Büchern und in Schriftformen so dastehen, wie Leute, die halt einen kulturellen Genozid begehen. Das hat halt auch was mit einem Ruf des Landes zu tun. Das ist die UK, kann man auf jeden Fall sagen, weil das gab es ja jetzt auch vor, ich glaube, zwei Monaten ungefähr. Da war es Norwegen. Und da hat China auch gesagt, ey, mach das mal nicht. Das war halt auch wieder so ein, das wird ja dann über irgendwelche Diplomaten, über irgendwelche Botschafter und so. Und dann gab es in Norwegen auf jeden Fall so einen chinesischen Botschafter, der auch so eine leichte Drohung irgendwie, wenn ihr das macht, dann wird das ganz schlimm. Und das würde er ja nicht machen, wenn es denen egal wäre. Wie steht denn die EU dazu? Hat die sich da auch schon geäußert? Oder halt Deutschland? Ich glaube nicht, ich hatte irgendwas, es gab doch noch irgendwas EU-mäßiges diese Woche. Irgendwie in Gay Purge, warte, irgendwas hatte ich noch aufgeschrieben, glaube ich. Ah, fuck, was war das? Aber dazu gibt es, glaube ich, noch nichts EU-weites. Nee, glaube ich auch nicht. Also ich weiß davon zumindest nichts. Ach so, das war es, genau. UK, beziehungsweise EU hat TikTok verklagt auf Milliarden wegen dem Nutzen von den Daten von Kindern. Das war das EU-Ding. Aha. Na, ob das was wird. Okay, ja, schade, dann hoffe ich, dass die europäischen Länder oder die Union da auch mitzieht, dass da früher oder später mal ein bisschen Fairness einkehrt, weil das hört sich alles irgendwie mega brutal und ekelhaft an, was da getrieben wird. Und was auch für manche Leute ekelhaft ist, ist Gendern. Und ich habe eine sehr spannende Nachricht gelesen von, also Friedrich Merz hat offen darüber nachgedacht, also laut ausgesprochen, das Gendern zu verbieten. Weil es gibt wohl auch in Frankreich irgendwie so ein Verbot an staatlichen Institutionen, darf man nicht gendern. Das wird da echt unterbunden. Und das möchte er wohl hier auch zumindest ansprechen, ob man das nicht auch machen kann in Deutschland. Okay, also seit Merz wieder was Dummes gesagt, was genau diesen Leuten in die Arme spielt, freue ich mich drüber. Ja. Aber finde ich irgendwie auch wieder krumm krass. Also das ist so eine, also ob es Pflicht oder Verbot sein soll, weil es sind beides sehr extreme Meinungen irgendwie. Und ich weiß nicht, ich finde, man sollte es einfach Leuten überlassen, so wie sie es machen wollen. Und so ein Verbot wirkt dem irgendwie auch nicht, also wirkt dem eher entgegen dem Ganzen. Dann wird das ja noch viel größer, der Unmut darüber, dass nicht gegendert wird. Ja, Tito, ich hatte neulich nochmal einen kleinen Punkt, der wirklich in dieser ganzen Debatte eher winzig ist, aber für mich halt sehr groß. Stell dir mal vor, du selbst würdest jetzt ab und zu mal irgendwie ein Gedicht oder Lieder schreiben, ja? Ja. Und es ist wirklich irgendwann verpflichtend, beziehungsweise es ist halt die richtige Formulierung für Plural, ja? PolizistInnen zum Beispiel. So, dann wirst du halt eine ganz große Palette an Reimen verlieren einfach. Dann kannst du halt nicht mehr sagen, zum Beispiel fick die Polizisten, ja? Ja. Dann kannst du nicht mehr sagen, fick die Bäcker, fick die Schreiner, sondern, weißt du, das sind ja alles andere Reime, sondern dann wirst du halt sagen, fick die PolizistInnen, fick die BäckerInnen und das sind halt nicht mehr, das reimt sich nicht mal auf sich selbst, weil es halt, ne, InnenInnen, das ist ja einfach nur eine Wiederholung, das ist halt richtig scheiße, Tino. Das passt ja auch. Also aus einer lyrischen Sicht, ja, das Land der Dichter und Denker, wenn Goethe unter diesen Repressalien gelitten hätte, der wäre Faust bestimmt nicht entstanden. Der hat bestimmt mal auf Bäcker oder Polizist gereimt. FaustInnen. Also zwei Dinge dazu, zum einen geht es ja nicht darum um Kunst, es geht ja wirklich um staatliche, oder um Journalismus, um irgendwelche Ansprachen, Anschreiben, darum geht es ja, und nicht um irgendwelche Kunst- oder lyrischen Texte. Ja, ja, ich meinte ja, wenn die Sprache sich dahin evolved oder devolved, dass der in der Schule Gelehrte richtige Plural ist, weil dann wird ja das andere irgendwann wegfallen. Wir sprechen ja nicht mehr wie vor 100 Jahren. Ja, aber es wird sich ja immer verändern, also auch nicht. Ja, aber ich sage ja nur, ich sage nichts gegen die Veränderung, ich sage rein aus einer Textschreibersicht, ja, ist das halt übelst scheiße. Naja, aber meine Güte, vor 500 Jahren gab es ja auch schon Gedichte und die haben sich auch nicht verändert. Also, die haben halt eine andere Sprache und man sagt ja jetzt auch, man gendert ja auch nicht im Nachhinein Gedichte, die es früher gab. Also, ein paar Gedanken dazu. Ich finde, dieses Thema nimmt viel zu viel Raum ein dafür, was es ist. Es ist für mich leider viel zu unnötig, als dass man da jeden Brennpunkt zehn Minuten drüber schreiben müsste. Mein erster Gedanke. Es dreht sich, und das ist was Subjektives, in meinem Gehirn viel zu viel dafür, dass ich es so dumm finde. Und dann denke ich mir, okay, das sind jetzt zwei Silben, die in einer Rede oder in einer Aussage keine Information hinzufügen. Weil wenn ich von Ärzten rede, dann weiß jeder, was gemeint ist. So gut wie jeder. Dann frage ich mich, okay, wenn die Gesellschaft das unbedingt möchte, dass man was Neutrales hat, dann wird es sich früher oder später, bin ich der Auffassung, zu was Kürzerem entwickeln. So. Und dann überlege ich, was könnte dieses Kürzere sein und komme zu dem Schluss, hey, lass doch einfach die männliche Form nehmen. Naja, aber das Argument von wegen, das habe ich ja auch schon gesagt, alle wissen, was gemeint ist, finde ich schwierig, weil es gibt ja auch das N-Wort zum Beispiel. Wir wissen auch alle, was gemeint ist mit dem N-Wort, aber man sagt es halt nicht mehr, weil es halt nicht zeitgemäß ist und weil es Menschen verletzt hat und dass sich Menschen auch nicht angesprochen fühlen durch dieses Wort. Das halte ich für einen extrem schwierigen Vergleich. Also ich sage dieses N-Wort super selten und dieses andere Thema mit dem Innen, das nimmt schon sehr viel Platz ein. Also mir fehlt nichts, wenn ich das N-Wort nicht sage. Es passt ja eigentlich auch nicht, weil das ja also mehr oder weniger schon immer eine Beleidigung war und Ärzte ist ja keine Beleidigung. Das ist einfach nur ein normaler Plural. Mir geht es nur um dieses Prinzip, dass man ja weiß, was gemeint ist. Also das ist ja kein Argument, finde ich zumindest. Aber ich sage, die schönste Welt wäre die, in der man das N-Wort einfach sagen kann und wo sich die Menschen aus welchem Grund auch immer nicht mehr angegriffen fühlen, weil vielleicht Rassismus nicht mehr existiert. So, das ist meine Wunschvorstellung. Das wäre doch das Allerbeste, wenn man, ja, die, ja, wie gesagt. Aber das sind wir halt doch lange nicht. Zu nutzen macht die Sprache nicht besser, aber normal zu reden mit der männlichen Form halt schon. Aber da sind wir halt noch nicht in dieser Welt. Ja, aber da kommen wir auch nicht hin, wenn wir die Sprache die ganze Zeit ändern. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass man eher vorankommt, wenn man irgendwie auf Befindlichkeiten achtet und guckt, dass man Dinge neu besetzt und dass man irgendwie... Ja, aber das finde ich halt, wie gesagt, auch schwierig, alles in irgendwelche Euphemismen und Plüschbärchen einpacken und im Endeffekt, weißt du, wenn du früher sagen konntest, spaßt und das war auch, weißt du, medizinischer Begriff, heute ist es eine Beleidigung, dann hast du Behinderter gesagt, jetzt ist Behinderterbeleidigung, jetzt sagst du irgendwie Handicapped oder was auch immer, das ist dann in den nächsten 20 Jahren wieder eine Beleidigung. Das ersetzt sich ja immer selbst. Ja, so hast du schon immer in der Sprache, also wir haben auch vor tausend Jahren Sachen anders gesagt als heute. Das wird immer so sein. Nee, das kannst du... Entschuldigung, das eine ist total forciert und auferlegt, während das andere eine natürliche Sprachentwicklung im Laufe der Zeit ist. Und ich meine, die Grammatik, wie sie jetzt ist, hat sich ja nicht entwickelt, weil vor 500 Jahren jemand gesagt hat, okay, so reden wir jetzt nicht mehr, weil das ist nicht politisch korrekt. Ja, zum Teil gab es schon immer Debatten um Ausdrücke und Redewendungen. Nicht bei allem, klar gibt es Sachen, die entwickeln sich irgendwie natürlich, aber es gab schon immer in der Sprache Debatten, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Also auch das Wort Homosexualität wurde ja erst vor wenigen Jahrzehnten irgendwie erfunden und man hat vorher noch Sachen gesagt, wie, weiß ich nicht, Perversion oder so, keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, A, ich gebe da, Herr Hodes, auch recht, dass es zu viel Platz einnimmt, aber vielleicht auch aus einer anderen Sicht, weil anhand der globalen Probleme, die wir haben und Herausforderungen, ist das wirklich die unwichtigste Sache, in die man in irgendeiner Form Energie reinstecken soll und dafür ist es halt einfach, dass das Verhältnis ist viel krasser, weißt du? Also so eine kleine Sache, die sehr viel Energie kriegt und eine große Sache wie Klimakrise kriegt halt verhältnismäßig wenig Energie, aber aus einer Brennpunktsicht, also ich diskutiere lieber darüber, als jede Folge zu sagen, ja übrigens, könnte ich jetzt auch wieder machen, ja, die Ukraine hat gesagt, kurz vorm Krieg ist bereit, in den Krieg zu ziehen bis zum letzten Mann gegen Russland und solche Geschichten. Das finde ich auch wichtig und richtig zu erwähnen, aber mir persönlich macht es nicht die größte Freude über irgendwelche russischen und ukrainischen ja, wir haben Bock auf Kriegssachen zu reden. Ich muss eben auch sagen, klar, es ist für uns drei Menschen kein großes Thema, sobald wir halt irgendwie männlich sind und sind auch so geboren worden. Hör mit diesem Scheiß-Argument auf. Es darf mich doch mindestens genauso abfacken, wenn jemand innen sagt, wie es jemanden abfuckt, wenn jemand nicht innen sagt. Warum bin ich dann, weil ich weiß und cis bin nicht im Recht, das genauso scheiße zu finden? Oder nicht im Recht, aber warum hat das weniger Gewicht? Das darf ich ja gerne abfacken. Es geht nur darum, dass es halt Menschen gibt, denen das eine große Bedeutung zuspielt, die halt den ganzen Tag irgendwie diskriminiert werden, die halt irgendwie falsch gelesen werden im falschen Geschlecht oder für die es halt ein wichtiges Thema ist. Ist es für uns vielleicht nicht für uns drei, aber für andere. Ja, aber Tino, ich verstehe diese Not. Deshalb redet man eine völlige Stunde drüber, weil es für uns kein wichtiges Thema ist, oder was? Ich verstehe diese Not, die da herrscht, aber Tino, jetzt nur mal angenommen, hier sausen Stürme und es gibt kein Trinkwasser mehr, ja. Ich glaube, das letzte Problem, was diese Menschen haben, ist dann, dass sie richtig gelesen werden. Das soll das überhaupt jetzt nicht runterspielen, ja. Das ist für die auf jeden Fall ein großes Thema und ich verstehe auch, dass du da mehr an der Quelle sitzt und deswegen natürlich auch mehr damit zu tun hast und das ist ja auch völlig fein. Und ich sage ja auch nicht, dass wir jetzt all unsere Energie oder all unsere Gedanken nur noch auf eine Sache lenken sollen. Aber anhand der globalen Herausforderungen, die hier bestehen, ist es einfach wirklich eine kleine Sache. Ja, das ist ja völlig logisch, aber ich höre halt öfter in diesen Diskussionen, wenn man über Gendern spricht, dass man immer von irgendwelchen ausstehenden Leuten zu hören bekommt, es gibt noch andere Probleme. Ja, die gibt es immer, aber irgendwie bin ich mir auf die Schuhe jeden Morgen, obwohl es nicht mehr ein großes Problem ist, aber es ist halt irgendwie ein Teil des Lebens, was man hat und es ist halt für mich, darf es kein Argument sein, zu sagen, es gibt wichtigere Themen, klar, die gibt es immer, aber man kann sich nicht nur mit einem Thema beschäftigen und mit dem Größten, was man gerade hat. Das ist halt, was mich so ein bisschen manchmal nervt. Ja, wie gesagt, es ging ja nicht um das Thema an sich, was überhaupt keine Daseinsberechtigung hat, sondern die Präsenz des Themas oder die, vielleicht eher weniger die Präsenz, sondern die emotionale Ladung, die da auch mitunter von beiden Seiten einfach drinsteckt. Es geht ja nicht, stell dir mal vor, man würde so vehement darüber diskutieren, jeden Tag, ob man jetzt vielleicht keinen Plastik mehr benutzt oder so, weißt du? Aber das findet halt weniger statt. Fände ich auch schöner, wenn das so wäre, ja. Ja, aber es, fuck, Faden verloren. Es, red kurz weiter. Nee, alles gut. Nee, ich verstehe. Guck mal, also es ist, für mich ist es keine Problemlösung, wenn Sprache für kompliziert wird und für mich dadurch schlechter lesbar und schlechter hörbar wird. Das kann sein, dass ich in der Hinsicht ein kleines bisschen autistischer bin als die Mehrheit, aber es stört mich extrem. Deshalb akzeptiere ich es zumindest, wenn es andere machen, ja gut, aber ich finde es nicht, ich heiße es nicht gut. Und das einzige Argument ist ja nicht, ich mache das jetzt nicht, denn es gibt andere Probleme. Das Argument ist ja so, lass mich bitte damit in Ruhe, ich will mich ums Wesentliche kümmern. Ja, vielleicht sollte man das dazu erwähnen, du meintest ja auch, ich glaube, du meintest da im Uni-Kontext, oder? Dass es da schon vorgeschrieben ist, oder? Gab's. Oder ist das irgendwo in der Gruppe? Naja, also bei mir in der Uni war das schon so, dass man darauf achten musste, wie man gendert, außer man hat im Vorwort irgendwie einen Hinweis darauf, dass man aus Grund der Leserlichkeit nur die männliche Form benutzt. Das finde ich eine gute Lösung. Dass man das einmal hat, das stört ja nicht. Wenn man einmal steht, okay, ist beides gemeint, wenn ich Ärzte schreibe. Da geht es eben auf verschiedene Meinungen. Also mich stört es persönlich auch nicht, nur die männliche Form zu lesen. Ich wollte das nur damit ansprechen, dass es Menschen gibt, die es genauso abfuckt und nervt, nur die männliche Form zu lesen, weißt du? Wie es uns oder wie es euch nervt, halt innen zu hören und zu lesen, nervt es manche Menschen genauso hart, dass sie halt nur die männliche Form lesen. Dann lass uns mal bitte bis nächste Woche herausfinden, was so demokratisch so die größere Masse an Menschen ist, die es stört, die einfache männliche Form zu lesen oder die sich falsch gelesen fühlen. Wer sollte denn jetzt die Macht haben, die komplette Sprache zu ändern? Ne, finde ich schwierig. Also erstens hat die Masse nicht immer recht und zweitens ist ja auch eine Demokratie dazu da, auch Minderheiten zu schützen und auch deren Probleme ernst zu nehmen. Also ich meine, es gibt ja auch wenige behinderte Menschen, also es ist ja auch nur ein Bruchteil der Menschheit. Trotzdem bauen wir halt Häuser, die barrierefrei sind. Da kann man ja genauso sagen, wir machen jetzt mal eine Abstimmung. Aber es stört meinen Lauffluss nicht, wenn ein Haus barrierefrei ist. Es stört mich barrierefrei, es stört mich doch nicht. Na, manche Architekten vielleicht schon, die halt jetzt dazu verpflichtet sind, seit, weiß nicht wie vielen Jahren das ist, öffentliche Gebäude barrierefrei zu gestalten. Das halt nicht immer so einfach ist. Oder man Gebäude renovieren muss, damit sie barrierefrei werden. Zum Beispiel. Gänzt du echt, dass es Architekten gibt, die sich daran stören, dass Gebäude barrierefrei gebaut werden muss? Es ist ein Problem mehr, auf jeden Fall. Meinst du echt, das ist ein Problem für die? Ist doch nur eine Rampe vorne und ein Fahrstuhl drin, oder? Naja, Fahrstuhl halt, ne? Ich finde, das macht ein Gebäude modern. Und ich finde, zwei Silben mehr pro Gruppe, die man anspricht, macht die Sprache nicht besser. Ja, das ist halt deine, deine Meinung und dein, wie du es empfindest. Das ist nicht wirklich meine Meinung, das ist schon relativ objektiv richtig. Also ich hatte ja auch schon mal gesagt, Also zwei Silben mehr ist nicht meine Meinung, das ist so. Oh Mann. Ja. Ja, es ist ein schwieriges Thema, also auch, auch aus, aus Tinos Sicht gesehen, ist es natürlich eine verhältnismäßig kleine Sache, einfach zwei Silben mehr zu sprechen. Also das tötet dich ja nicht so. Aber trotzdem verstehe ich natürlich, also ich bin auch eher auf der Seite, dass ich es einfach sprachlich, also aus einer Schreibersicht unästhetisch finde oder halt schlecht wegen Reim, aber auch alleine durch die Pause, die da halt ist, und das hatte ich ja auch schon mal gesagt, Tino, dass einfach Sprache und Dialekt, gerade wir in Thüringen, wir kürzen ja alles ab. Weißt du, kann man mal machen, hat man doch schon so. Gehen wir mal hin so. Also Sprache muss halt irgendwie flowen können und durch dieses PolizistInnen, alleine durch diese Pause floats halt irgendwie nicht und deswegen glaube ich auch nicht, dass es sich durchsetzt. Wie gesagt, ich bin sehr offen für eine andere Form, die weniger anstrengend ist für die Leute, die das gerne machen wollen und die kriege ich ja natürlich, die will ich auch gar nicht stumm haben. Das ist eine valide Meinung. Ja, man muss ja auch, man muss ja auch nicht sagen, es tut dir ja nicht weh, damit kann man so viel rechtfertigen, was sinnlos und schlechter ist, als das davor. Das war mein Punkt. Ja, ich habe das nicht ganz verstanden, um was es da jetzt gerade ging. Ich auch nicht. Diese Aussage, es tut dir ja nicht weh. Natürlich, es tut mir nicht weh, aber man kann Sachen trotzdem verschlechtern, ohne dass es weh tut. Ja. Klar ist es nicht perfekt und es gibt ganz viele Debatten darüber und Möglichkeiten und auch beim Schreiben nimmt man jetzt ein Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich. Es gibt keine Lösung, die alle glücklich macht und die wird es auch niemals geben. Deswegen wird die Debatte auch immer weiterleben. So wird es einfach sein. Immer. Ich bin mir sicher, dass die Leute nicht vielleicht doch irgendwann so wichtige Themen haben werden. Das dreht sich doch halt wieder im Kreis. Es wird immer ein Thema bleiben für die Menschen. True, es dreht sich total im Kreis. Das nervt mich auch daran. Man kommt ja auch irgendwie nicht sonderlich weit. Nee, ich meine so wieder dieses, glaubst du nicht, dass es irgendwann mal wichtigere Themen geben wird? Ich meine, wir leben jetzt in einer fucking Pandemie. Das ist gerade das größte Thema, aber trotzdem dürfen halt andere Themen nicht runterfallen. Was mich bei dieser ganzen Sache noch ein bisschen stutzig macht, weil Ärztinnen, also inwiefern stecken da eine Person drin, die weder männlich noch weiblich ist? Wie, was meinst du jetzt? Naja, es geht ja darum, du sagst ja, die Personengruppen zu schützen. Es gibt ja Leute, die sich nicht als männlich oder weiblich identifizieren. Ja. Aber Ärztinnen oder Polizistinnen, das ist ja eigentlich die weibliche Formulierung. Na, und die männlichen. Aber also ... Das sind die beiden, die ja aktuell existieren. Also diese Lösung von Polizistinnen ist ja, um männliche und weibliche zu verbinden, weil die beiden ja schon existieren. Ja, und was sagen dann die Leute, die halt weder männlich noch weiblich sich sehen? Ja, die gibt's ja noch nicht. Also es gibt jetzt noch keinen Polizie oder so. Ja, so. Also ist das so eine Zwischenlösung oder was? Das ist ja dann auch Quatsch. Deswegen wäre ja das einfache, wenn diese Leute, und das sage ich jetzt aus einer sehr privilegierten Position raus, wenn diese Leute einfach akzeptieren, dass Ärzte einfach alle umfasst, die Mängel der Ärzte, egal welches Geschlecht die haben. Ja. Weil wenn ich an Ärzte denke, ist mir doch, da ist doch völlig egal, welches Geschlecht die haben, sondern was sie für eine Funktion, für einen Job haben. Ja, das wurde auch schon sehr, sehr häufig gedacht. Da haben wir wieder das im Kreis drehen. Das ist einfach nur ein anstrengendes Thema, das einfach nur anstrengend ist. Was sagt denn, was sagt denn der geneigte Brennpunkt-Zuhörer in den Kommentaren dazu? Da können wir jetzt hier, jetzt hat man auch noch mal eine dritte Meinung mit Herodes dazu, da können wir vielleicht dieses Thema etwas begraben, bis Tino das nächste Front- oder Backhole auspackt. Wird hier vielleicht noch mal diskutiert. Aber ansonsten können wir auch gerne darüber reden, dass die Welt vielleicht kurz vorm Krieg steht. Mal gucken. Es war ja auch nur, gerade weil es ein aktuelles Thema ist, mit Friedrich Merz. Sonst hätte ich es ja gar nicht angesprochen, wenn das nicht der Fall wäre. Ja, das stimmt. Also das muss man auch dazu sagen, Friedrich Merz ist halt ein höheres Tier. Und wenn das da in so einer Form gerade in der Woche relevant ist, ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir da noch mal drüber reden. Jetzt sind wir auch schon wieder drüber, ne? Merz, Merz, der Mann ist ein Scherz. Bei Folge 112 ruft die Feuerwehr. Ja. Wieso? Weiß nicht, war 112. Ach so, wegen der Folge. Ja, stimmt. Alter, Folge 112. Also wir können jetzt, pass auf, wir können ja jetzt so machen, jetzt dieses Frontall, blablabla, das kommt jetzt so oft vor und nimmt so viel Platz ein. Wenn die, wenn die Leute, die den Brennpunkt hören, reinschreiben, dass sie ein Verbot dieses Thema wollen, dann wird nur noch über andere Sachen geredet, aber das gilt nur für eine Folge. Ja, Herodes, Merz, ist okay. Verbot, Verbot ist halt ein starkes Wort. Nein. Eine Empfehlung. Nee, aber das, ähm, ach shit, ja gut, jetzt habe ich natürlich, bin ich natürlich dafür reingekriegt. Übrigens, Tino, Merz, Merz, wäre vielleicht besser gewesen. Merz, Merz, ich will gar nicht wie Merz sein, unfair. Tja, wer will das schon? Ihr Wichser, okay. ein, 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 ein gender-thematikfreien Brennpunkt? Ja. Ja locker, wir hatten schon viele Ausgaben ohne Gender-Diskussion. Bist du sicher? Hör alle nochmal durch. Ja, ich bin ziemlich sicher, also, man merkt sich das ja auch mehr, wenn man drauf achtet, äh, dann fühlt sich das ja auch mehr an. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht jede Folge darüber reden. Wir müssen jetzt die Notbremse ziehen, wie die Bundesregierung. Ja, was geht man denn der Woche, Tino? die kriegt jetzt keine Note mehr, es ist zu spät. Not innen. Stimmt, wir haben die Notbremse gar nicht besprochen. Okay, Sondersendung. Ja, was ist denn die Notbremse? Bremst die schon? Ich krieg davon nichts. Ab Samstag. Ab Samstag, glaube ich, ist das doch schon der Fall. Also quasi ab gestern. Genau. Ja. Also in Köln hat sie schon letzte Woche Samstag gezogen, von um neun bis um fünf. Aber man darf wohl alleine irgendwie spazieren gehen, draußen, bis um zwölf oder so. Ich könnte sein, dass es in Köln auch nicht geht. Das ist alles wahllos, Alter. Ich weiß nicht, was erhofft man sich davon? Werden dadurch wirklich die Homepartys weniger? Weil Ansteckungen finden ja zu Hause statt und genau dort soll man ja bleiben. Auch in Büros zum Beispiel. Ja, das bleibt ja auch alles erlaubt. Also, weiß ich nicht, ich finde das alles sehr schwierig. Und ich, also ich lebe ja mit meiner Freundin zusammen und wir dürfen nicht mehr gemeinsam abends spazieren gehen, aber wir müssten jetzt nacheinander gehen. Das ist doch völliger Humbug irgendwie. Ja, das stimmt schon auf der anderen Seite. Wie oft will man denn unbedingt um neun spazieren gehen? Aber es bleibt Blödsinn natürlich. Doch. Spazieren gehen macht man nur, weil man kein Skateboard hat. Ja, aber ich denke, die Zeit, also es ist jetzt nicht aufregenswert, weil ich glaube, die Zeit, in der diese Mückbremse jetzt gilt, ist zu überbrücken, so mit einem Brücken-Lockdown. Ich will damit nur sagen, es ist ja nicht für immer. Nee, das stimmt, aber ich finde es halt einfach nur unnötig. Und ich verstehe jeden, der das so ein bisschen kritisiert. Und ich bin ja auch jetzt kein, der da blind nachrennt. Ich finde auch die Ausgangsbeschränkungen, also das finde ich echt ein bisschen blöd. Ja, ich habe da nicht alle Daten da, ob das wirklich vielleicht übelst effektiv ist. In meinem Kopf fühlt sich das nicht so an, als wäre die nächtliche Ausgangssperre die Sache, die jetzt die Pandemie übelst aufhält, wenn irgendwie in Familien und Büros so die meisten Ansteckungen sind. Nee. Ergibt das für mich irgendwie keinen Sinn. Aber die Woche war auf jeden Fall sehr ereignisreich. Ich finde, dass die Kanzlerschaft und alles dicht machen und George Floyd-Urteil, fand ich schon richtig nice. Doch, würde ich auch um eine 6 hochgehen. Und der Tod von Willi Herren, der Tod von Willi Herren war auch riesig. Nee, also, also hätte der einen Schlager-Hit gemacht, den man kennt, würde ich mitgehen. Bestimmt. Wenn hier irgendwie diese Ente gestorben wäre, dann okay. Ingo ohne Flamingo, meinst du? Genau. Also, es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass in den letzten Minuten wir beide so ein bisschen so Contratido waren von der Meinung her. Das würde ich sagen, der Tod war schon schlimm. Dankeschön. Okay. Sieben. Vielleicht schaffen wir es, wenn wir in anderthalb Minuten aufhören, dann haben wir eine Stunde und zwölf Minuten in der 112. Folge gemacht. Ja. Geil. Noch eine Minute. Okay. Also ich möchte allen Leuten empfehlen, hört euch von Willi Herren den Song an. Lala Song. Gut. Lala Song. Klingt richtig gut. ihr kennt doch noch dieses Video von You Touch My Tralala, wo die Männer nackt rumtanzen, ne? Ja. Das ist weg. Wo findet man das denn? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich wollte das kürzlich wieder gucken. Ist es das Lied, was ich gerade höre im Hintergrund? Ist das das? Ne, das ist ein anderes. Das ist aber ein gutes, tatsächlich. Ah. Das ist vom Bastien. Wie bitte? Wie bitte? Was? Von Sebastian ist das. Bitte? Nee. Tschüss. Tschüss, Leute, alle miteinander. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ich gehe jetzt auch. Tschüss. 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 Tschüss.